Herzlich Willkommen zurück zu Resident Evil 4 und diesmal schauen wir, was hier hinter ist. Spannung, Spannung, Spannung. Wir suchen nach Ashley, immer noch. Ashley? Ach du Scheiße, die Möpse. Sie wackeln. Braus, Mädchen. Aus höchster Not, ja. Das Befehle, Leon kann Ashley durchdrücken, von Y dazu bringen, zu warten oder ihm zu folgen. What the f- Aha. Welche Glitte oder von mir ist die Mission gescheitert? Na toll. Okay. Toll. Wait, follow me. Wait, follow me. Wait, follow me. Okay. Wait, follow me. Crazy. Sollen wir die im Schlepptau? Das wird toll, auf die aufzupassen. Vor allem müssen wir die ja selbst auch noch, äh, beschützen. Also, ne? Ihr wisst schon. Ja gut. Im Prinzip müssen wir jetzt einfach runter. Oha. Müssen wir jetzt, ah ne, wir können ja jetzt einfach hier durchlaufen. Die Ashley kann bestimmt nicht springen. Wie? Die kann kein... Oh mein Gott. Die kann doch nicht mal Leiter runterklettern. Wir müssen die auffangen. Ja, das ist Sattler, wusste ich doch. Hat der so ein Schleier vor dem Gesicht? Nein. So, wir... Wir sind die Präsidentin. Wir sind die Präsidentin. In order to give her our power. Und dann... Send her back. Nein. Illion. Ich denke, sie haben etwas in meinem Knie. Was hast du mit ihr gemacht? Wir haben nur eine kleine... Gifte. Oh, es wird eine hellige Party sein, wenn sie nach Hause zurückkommt. Aber bevor das... Ich dachte, dass ich mit dem Präsidenten ein paar Donation könnte. Believe es oder nicht, es braucht ziemlich viel Geld, um diese Kirche zu stecken. Die Hoffnung und Geld wird dich nicht mehr, Sattler. Oh, ich glaube, ich habe vergessen zu erzählen, dass wir dir das gleiche Gifte gegeben haben, als ich nicht selbstbewusst war. Oh, ich hoffe wirklich, dass du unsere kleine, aber spezielle Beiträge möchtest hast. Wenn die Ecke entstehen, Sie werden meine Puppets. Involuntlich? Sie werden, wie ich sage. Ich werde totalen Kontrolle über deine Gedanken. Nein, das ist nicht so, dass das eine revolutionäre Art, um sich zu verabschieden, um sich zu verabschieden? Es klingt eher wie eine Alien-Invasion, wenn du mir fragen kannst. Ich werde totalen Kontrolle über deine Gedanken. Holy shit. Okay. Ende von Kapitel 2-1. Alles klar, wir sind jetzt schon im 2-1 Kapitel. Also im zweiten Kapitel. Kommen wir jetzt anscheinend ins 2-2. Okay. Okay. Hohois. Wir kommen voran auf jeden Fall. Wir haben sehr viel Munition. Ja, wir haben über 60 Schuss für die Pistole. Gut, wo sind wir jetzt? Was? Warum ist denn das Rote jetzt alles wieder rot? Da waren wir doch schon überall. Ach, weil es verriegelt ist. Okay. Verstanden. Und das ist auch alles verriegelt. Hm. Also ins erste Dorf kommen wir wahrscheinlich nicht mehr rein. Oder ist das... Nee, das ist das erste Dorf. Okay, wir müssen jetzt aber wohin? Ganz da hinten hin. Alles klar. Da kommen wir hin. Irgendwie kommen wir da schon hin. Erfolgreich geöffnet. Okay. Gehen wir mal raus. Hoho. Nein. Oh nein. Deswegen ist es abgeschlossen. Unfall, der Sterner! Unfall, der Sterner! Ja, kommt mal her. Ja. Zack, du bist tot. Bam! Mann, bin ich gut. Habe ich einfach mal den Truck abgeschossen. Oh mein Gott, ich habe ziemlich viele damit, glaube ich, gekillt. Die haben alle dahinter gehockt. Haha! Mann, bin ich gut. Sonst noch irgendjemand? Ne, ne? Alle weg. Ey, da drinnen? So ein Kisten. Mit Munition. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ach, jetzt müssen wir wieder durch den Tunnel. Da kommen wir ja zum, zum Händler wieder. Ja. Hey. Hallo. Welcome. Welcome, ja. Hey, die haben auch gerade was Neues? Red? Nein. Nein. Wenn ich Duck 9mm... Oh ja, die sind... Boah, die ist wirklich stark. Mit was macht... Wie... Was funktioniert die? Mit 9... Alter! 1,6! Die brauche ich! Aber was hat der noch neu? Schüttelstürze 9... Nein. Boah, ja. Die holen wir. Die hat aber ne scheiß Kapazität. Gut, wir verkaufen was? Nein. Verkaufen. Und zwar einmal die Brandgranate. Danke. Und dann einmal hier das Teil. Genau, jetzt dürfen wir eigentlich genug haben, um die Kapazität auf 10 zu erhöhen. Ja. Ja. Rissen wir mal die aus. Bam, Alter. Cool. Auf jeden Fall. Wusste ich gar nicht, dass es so eine noch gibt. Auf jeden Fall cool. So. Da. Das sind wir jetzt glaube ich schon sogar fast da. Wo kommen wir jetzt raus? Ach, hier in dem Haus. Genau, da können wir jetzt hier nochmal speichern. Genau, das war hier dieses eine Teil. 2-2 sind wir jetzt. 3 Stunden und... 3 Minuten. Alles klar. Die 3 Stunden Magen haben wir gebrochen. Das ist... Ah. Ei. Boah. Die hat auf jeden Fall Feuerkraft. Hauen wir noch irgendwo einen? Ziemlich viele sogar. Bleib mal da drüben. So. Habt nichts fallen lassen? Boah, wie unfair So, wo müssen wir jetzt lang Wir messen Nach links Und hier hoch Das ist ne Bärenfalle Weg hier, Ashley Gesterbt Ah, seid ihr jetzt tot? Ja Perfekt Hier, das ist sogar noch einer Alter, dir Na Oh, hat der so? Ja, der hat so ein Vieh in sich Ah, komm Drauf Alter 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 Alter, wie ist der heute wieder einfach nicht draufgegangen ist? Das ist krass Echt krass Ah ja Kann ich sagen, verstecke dich, okay Hab ja schon gedacht, als wir das erste Mal hier durchgegangen sind Für was es ist Ja, wahrscheinlich sind sie ja gesehen, um einen großen Zu Da Ich baue hier nochmal ab Was haben wir sonst hier noch Eine Schreibmaschine Die sind echt Oft verteilt hier Also hier in diesem Teil Wir hatten hier schon mal Ein Part Da kam die ganze Zeit gar keiner Aber die sind alle wieder da hier Das hatten wir ja schon alles Aua Alter hier kommen ganz viele Geil Zweimal diese fetten Viecher Ne einmal Kannst du mal sterben? Dankeschön Mein Gott wie viel haben wir noch? 15 Schuss Echt wenig Und da oben steht auch noch einer Gut, da können wir jetzt auch mal das Gewerbe benutzen Das Gewerbe ist halt echt scheiße Weil das halt Sau langsam schießt erstens Oh, da sind halt zwei drauf Und halt immer dieses nachladen muss Oh, man, die hat auch noch so Ja, stehen wir da rum Guck mal die Klubsaugen Sieht schön aus Nicht Oh Nachladen Zack Und jetzt Bam Gut, dann nehmen wir jetzt wieder die Die auch kommen Wir nehmen die Ptmp Ähm, genau Wir mussten hier Alter Alles voller Bären fahren Echt krass Hier rüber Ich hoffe, Ashley kommt hinterher Ja Jetzt hier runter Auffangen, die liebe Ashley Kann ja nicht Kann ja keine Leitern klettern Doofe Und jetzt hier an der Seite entlang Oh, jetzt können wir hier das Hindernis überqueren Ja, pass aber auf Auf der anderen Seite, ne Ich habe sie aufgemacht, Leon Okay So Guck mal, hallo Händler Willkommen Wieder ein Händler Können wir irgendwas verkaufen? Die Pistole höchstens Oh, die Pistole wirklich verkaufen? Ja komm, wir haben jetzt ja die Red 9 Not enough cash Stranger Ja, ja Komm ich Wann immer ich will So, neue Nachricht Leon, ich habe ein paar schlechte Nachrichten Ich würde es lieber nicht hören Ich habe Angst, dass ich dir das alles erzähle Wir haben Kontakt mit dem Ptmp Jemand hätte ihn zerbrochen Aber wir können uns entscheiden, wer Great Wir präppen einen Ptmp Wer hat den wohl abgeschossen? Hm Ich weiß es nicht Alter Alter Was werden wir tun, Leon? Ich habe es nicht gesagt, aber wir sind Sandwich Nichts Richtig Richtig In der Kabin Das wäre die Welt Das wäre die Welt, das ist ein Kaff Der Präsident hat die Frau mit Ballistik Wie röd Und ich glaube, dass es keine Relevanz mit meiner Figur und meinem Stand Wer bist du? Oh, Entschuldigung, Herr Vier Vielleicht die junge Frau könnte sich selbst vorerst zu fragen, bevor sie jemanden Her Name ist Ashley Graham Die Frau der Präsident Ist sie... Well, du weißt Nichts, sie ist cool Eh, never mind There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. It's game time. Okay. We're going to show all the crows, which are here, so, 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 so. And we go to the top. Who is Ashley? Okay, unten sind sie durchgebrochen. Und der fängt an zu schießen. Ja, bitte. Alter, was? Weck mich euch! Ihr fucker! Haut ab! Wir wollen nichts kaufen! Nee, wir wollen wirklich nichts kaufen! Wir sind in Ordnung! Kombinieren! 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 Sollen wir das ultimative... Kraut! Bäm! Du schießt nix auf mich! Wie viel Munition habe ich! Wie viel Munition habe ich! Hier, upstairs! Wir kommen jetzt sogar... Haut ab! Oh, der Tief, der Tief, der Kommen wir jetzt sogar schon per Leiter hier hoch! Halt 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 Alter, was soll ich machen? Ich bin tot Ich... Wo war da der letzte speicherpun wrong dahinter ja gut gehen wir noch mal zurück das kann es jetzt nicht sein endlich ernsthaft da reingetreten kann ich nicht mehr aufpassen jetzt darf ich für sie ein kraut verschwinden wie kann ich das machen überhaupt okay dann immer das verwenden ja da geht sie wieder gut ganz runter so dann gehen wir erstmal speichern und dann sage ich bis zum ja speichern bis zum nächsten mal bei eurem level 4 ciao 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 ciao